Musik So liebe Freunde, ich hatte euch doch gesagt, dass ich euch bei neuen Story-Änderungen mit reinholen werde. Ja, wir haben schon den 3. Oktober, ich habe einiges an Vorbereitung getrieben. Und es wird jetzt einiges passieren. Aber an der Zeit, die Dinge gehen, Yoshizawa-San's Honor Status könnte vielleicht sein können. Was so sehr wichtig ist, natürlich, dass sie von den Augen der Eltern und ihr euch. Warum? Ich habe gesagt, dass ihr die letzten Meet-Auswahl war ziemlich laudable. Ist nicht revoking ihr Status als Honor Student ein bisschen überreaktion auf der Schule? Ich verstehe, wie du fühlst, aber... Well, 3rd place doesn't really cut it in this case. She needs to attain 1st place results for her exceptional status to be worthwhile. Don't get me wrong here. Personally, I think her results are impressive, but... I suppose the argument could be made that if she's going to represent Shujin and receive special treatment, it's not enough. Please don't shoot the messenger here, okay? This is necessary to guarantee fairness across the entire student party. It's not as if you've been expelled or the like. Another meet's coming soon. Please try for the results the school wants to see. Sir, putting excessive expectations on Yoshizawa-san will only be to her detriment. Oh, that wasn't at all my intention. I just wanted to give her a little encouragement. Dr. Maruki, please continue serving the student body as counselor and providing support to Yoshizawa-san. This meeting was merely meant to express how the entire faculty will be supporting her. That's the reason I had you sit in today, Dr. Maruki. Supporting her. I see. At any rate, that's all I wanted to discuss with you today. Please keep in mind, these changes are all hypothetical. Unless Yoshizawa-san doesn't provide better results. Well, I suppose we should wrap up here. Was für ein Wichser, Alter. Was für ein Wichser, Alter. Excuse me. What's wrong with Yoshizawa? Didn't she seem off to you? Oh, it's... Yoshizawa must have dropped it. Shoot, she's gone. Let's return it after school. We should at least send her a text, so she knows where it is. Wie kann er das meiner Kazumi nur antun? Hm, maybe I left it in here. Huh? How do you use all this on Handle the News? She seemed pretty downcast. I think it was quite the shock to her. I truly hope this is what finally drives her to succeed. She needs to push herself beyond third place and bring home some stronger results. And soon. Vice-principal, I know I've already told you this, but your approach here is going to affect her adversely. Trying to motivate her with harsh words is only going to give her more anxiety. Ah, Dr. Maruki, we aren't running a charity. If she's going to receive special treatment, she needs to provide adequate results. Praising her until her head swells may be your idea of therapy, but we can't afford to just butter her up forever. We took in those sisters to improve Shuzhin's standing, but at this rate, we're only going to end up suffering for it. Not only have we lost one of them, but the other one's not doing us any good. Huh, talk about a waste of effort. Sir, oh, pardon me, but there's no denying. First with Mr. Kamoshida, now the principal's dead. We've got our backs to the wall here. Huh, if this school doesn't bounce back soon, even my own ass will be on the line. That'll be all. Excuse me. Hmm, I just cannot understand. What do you want to know? Oh. This is it. Bei mir ist es relativ lathe, meine, äh, mein Wissen ist auf dem Max, also von dem her ist es mir eigentlich scheißegal, was für eine Antwort ich gebe. Aber, man will sich ja selber nicht, äh, die Blöße geben. Uh, hello? Simpeth. Hi. I'm sorry, you got now noticed that you tried to reach me. My smartphone since that's not the end. You found my good luck charm, right? I'm sorry, I can't hear you. I guess her signal cut out. I couldn't hear everything, but it seems like she's at the stadium. She seemed to be acting unusually this morning, too. Do you think something happened? Höchstwahrscheinlich. Me too. When we met her there last time, she did mention that she goes there when she's depressed. Well, let's see how she's doing when we drop off the floor. Das war wieder eine Meisterleistung von deutscher Übersetzung gerade. Claire. Wir wollen sie ja ein bisschen aufmuntern. Wir wollen sie ja ein bisschen aufhören. We lost. I don't recognize any of these places. What's that building even supposed to be, anyway? Uh, I think they're building some kind of convention center. Or was it a research lab? What's it matter, anyway? It's not a lab. It's a stadium. Hmm? Oh. Beginning navigation. Hey, is that... What the... This atmosphere... Is this a palace? But we never activated the nav. Wait. Do you think it was Yoshizawa? It's a possibility. Huh. I should write something like that. Das ist... Interesting. Hat Kazumi etwa auch einen eigenen Palast? Huh. 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 Okay. It's somewhere. Hmm... Ich habe etwas. Was ist das Yoshi? Ja. Warum? Was ist das? Ich habe etwas. Was ist das Yoshi? Ja. Warum? Wie bist du hier? Wer ist das? Ist sie ein kognitivist? Ich... Das ist meine Schuld. Was? Komm schon! Du musst. Kasumi. Stop! Stop! Du musst. Du musst. Du musst. Yoshizawa ist in trouble! Heresie! Du wirst aufbauen, unser Lord's mercy! Du bist gut, Yoshizawa? Das Lied? Senpai? Hm. Das ist bereit für Rumpel. Du musst. Du bist es selbst! Unge. 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 Das ist das liebeste. Das ist die Angst. Was heißt? Ich habe das Skolmator-Experiod. Es ist natürlich auch so schön, dass es so sehr gut ist. Wo es sind diese Vosier? Ihr auch nicht so gut ist. Ich habe mich auf die Zeit. Das ist etwas, wenn es wäre. Das ist... Ich verstehe, wie du fühlst, aber... Der Platz ist wirklich nicht in diesem Fall. Sie braucht die ersten Ergebnisse für unsere Excepcionalen Status. Nicht nur haben wir verloren, aber die anderen nicht tun uns nicht gut. Ich habe genug von diesem. Yoshizawa? Du sagst mir, ich nicht es? Als ob ich das besser weiß, als jemand! Aber immer noch nicht, was jemand sagt über mich. Ich will nicht tolerieren, als jemand zu sprechen, von unserem Traum! Es ist alles in deinem besten Interesse. Füllen meine Leben mit dieser Pressure? Demandung die Ergebnisse, die du wollen? Yoshizawa? Könnte sie sein? Und jetzt, du bist alle auf mich ein Fehler? Ich erzähle dich, wer du bist. Ich bin... Ich bin... Kasumi Yoshizawa! So adamant. Never been excepted like from cinders. You'd strive toward splendor? You know the risk. Well, if those really are the shoes you've chosen, then we'll dance to the end. This has got to be... Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Außerdem ist er noch anfällig gegen Eis. Wo haben wir denn? Haben wir was? Eismarga tauchen wir? Klaa. Äh nein, wir tun jetzt mal die Formation lösen. Machen eine Übergabe auf Joker, BM. Gucken mal, dass wir ihm ein bisschen Kreuzheb ins Gesicht hauen, alter. So sieht's aus. Komisches Ding, alter. Agidein, naja. Los geht's. Ich würde tatsächlich gerne mit ihr den Gnadenstoß setzen. Ja, ja. Ich hab vergessen, dass er im Brand-Status ist und deswegen nicht mitmischen kann. Na egal. BAM! Wir haben's geschafft. Der war jetzt auch kein großes Ding, glaub ich. Oh! Nice! Oh! An impressiver skill! Hey, are you alright? I can't be weak anymore. I can't be weak anymore. Woah! I'm quite impressed. Considering how you just awakened to your persona and all. Senpai. Right? Yeah. Ich wusste es. By the way... Warum sind wir jetzt so wie das? Well, natürlich. Das muss für sie sehr wunderschön sein. Es sieht aus, wie sie uns gefunden haben. Zeit, raus raus. Quick! Wir können es später erklären. Right. Ich frage mich tatsächlich, ob... ...das hier jetzt quasi, äh... ...ein eigenständiger Palast ist. Schau? Meine Klappe sind auch zurückgekehrt. Das war deine Location, bevor du das Metaverse entstanden hast. Wir sind alle nur zurückgekehrt. Er ist zurückgekehrt? Wir gehen irgendwo? Äh, über das. Ich frage mich, was du wissen kannst, was passiert. Ich muss wissen, was mir gerade passiert. Ich weiß, wie du fühlst, aber... ...was sollst du machen? Ja, du bist richtig. Okay. Ich erzähle dir alles aus dem Beginn. Danke. Ein Metaverse. Mit Palaces... ... und Personas. Ich bin sicher, dass es nicht leicht ist, ...ein deinem Kopf um alles in einem Moment. Normalerweise würde ich das nicht glauben, ... aber... ... nachdem ich alles gesehen habe... ... aber... ...wauw! Du bist so gut an erklären, Herr Kitty. Ich lasse das letzte Teil, diese Zeit. Aber... ... ist da noch etwas anderes, ... das sollte dich überraschieren? Huh? Eine Katze zu sprechen? Du hast lange genug, ... und ich bin kein Katze. Ich bin Morgana. Ich verstehe. Na ja, ...seher du wissen viel mehr über das, ... als ich, ... vielleicht sollte ich dich sagen, ...Morgana-senpai. Oh, genau. Du hast nicht etwas für sie? Ja! Na klar. Für dich ist uns kein Weg zu weit. Es war dein normaler Selbst heute Morgen. Hatte etwas passiert? Na ja... ... ich hatte noch keine Chance, ... zu dir zu erzählen, ... aber... ... ich habe das letzte Mal in dem letzten Gespräch. Natürlich bin ich nicht so glücklich darüber, ... aber es sieht aus, ... die Schule ist noch mehr glücklich. Ich bin in der Gäste, ... diese Morgen. Ich wurde erwähnt, ... dass die Schule ... vielleicht revokiert meinen Staten, ... wenn ich nicht verbessere, ... meine Ergebnisse zu werden. Es wäre wegen meiner eigenen ... inhaltung zu erreichen, ... in Gymnastik, ... also... ... ich muss sagen, ... dass es nicht eine unfair consequence ist. ... aber... ... ich habe auch gehört, ... der Vizeprincipal, ... darüber, ... dass ich eine sinnvolle, ... von der Arbeit. Und ich habe auch Dr. Maruki ... in diese mess, ... weil er mit mir war, ... wenn ich die Nachrichten habe. Das ist wirklich was mir. Das ist eine schwierige Zeit. ... ... also, ... ich kam hier, ... und dann, ... all of a sudden, ... ich war in dem Ort, ... wir haben. ... aber ich werde jetzt gut sein. Ich fühle mich, ... was da passiert, ... hat mir geholfen, ... ich werde sicher sein. Ich werde sicher sein, ... mein Traum. ... ich werde sicher sein, ... ich werde sicher sein. ... ich werde sicher sein, ... ich werde sicher sein, ... wenn die Nachrichten sind, ... wir werden können, ... welches Palace das war, ... mit der Suche historie. ... ... sicher, ... das ist richtig. ... ... sorry, ... das ist nicht so gut. ... ... was das? ... ... die Batterie ist tot, ... es hat sich schon lange, ... also, ... das könnte etwas zu tun, ... ... mit dem. ... 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 Es war nicht so, dass das ein Palast, das wir nachher waren, also ich glaube, es ist kein Problem. Wir könnten nicht sein Ruler unser Ziel machen, wenn wir eine unanime Entscheidung erreichen. Okay, ich meine, zu fragen. Sind Sie zwei Teil der Phantom Thieves? Ähm, well, äh, wir... Du bist, oder? Ich wusste es. Warte, das bedeutet, wenn wir in der Café mit Akechi-san, ich, in der Grunde gesagt habe, die Phantom Thieves selbst, dass ich nicht agree mit dem, was sie machen. Ich bin wirklich sorry. No sweat. Warte. Mit dem weg, was ist deine Telefon? Oh ja. Das wäre mega super. Das wäre mega super. Ich kann mich nicht immer über meine Angelegenheiten in Gymnastik wie so. Also, das ist, warum ich nicht mit dir in dem Moment. Weil du musst auf deine Gymnastik. Ich bin wirklich sorry, zu sagen, dass du nicht nach all, was du für mich hast. Ich bin wirklich sehr. Ich bin wirklich sehr. Ich bin wirklich sehr. Okay. Heute ist viel passiert, aber ich habe das Gefühl, ich versuche es schwerer, als vorher zuvor, zu Beginn morgen. Ich bin glücklich, es zu hören. Na, bis zum nächsten Mal. Ich finde es gut, dass wir, äh, ja, jetzt auch ihre Erweckung hinter uns haben. Sehr nice. Das wollte ich euch eigentlich jetzt nur zeigen und wir sehen uns ab dem nächsten Part wieder. Ciao. Untertitelung. BR 2018